Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir haben die Aufgabe, den Underking zu finden. Wo steht denn das? Hier, Underking für Prinz Lothun. Oder Lothus, wie ich den öfters mal aus Versehen genannt hatte. Und den Tod von seinem Bruder Boaste. Und ich habe keine Ahnung, wo der Underking sein könnte. Vielleicht können wir hier irgendjemand nachfragen. Things, Location, Tell me about the Underking. Underking never heard of him. Wo hast du? There is no reason to talk down to me like that. Okay. Dann halt vielleicht jemand anderen fragen. Da müssen wir ja auch mal ein bisschen, vielleicht auf Blunt müssen wir gehen hier. Und Tell me about. Wo hast du? Now I don't have a clue. Sorry, friend, I can't help you there. Ja, wir müssen da trotzdem ein bisschen was recherchieren, rausfinden. Vielleicht die gute Dame kann uns da helfen. Sir, if I knew, I'd failure, sure, okay. Spirits of high rocks, such a simple question. And me not knowing, I begs your forgiveness, sir. Okay, die kann uns auch nicht helfen. Aber irgendwer wird uns ja helfen können. Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Vielleicht der nette Herr. Der sieht so aus, als würde er was wissen. Über wo hast du? Now I don't have a clue. Sorry, friend, I can't help you there. Der sieht aber so aus, als könnte er helfen. Und er hier nochmal. Ask around some more friends. Someone's bound to know. So, und I wish I could help you, Max. But I know nothing about that. War eigentlich nicht hier. Ne, der König der Würmer war ja hier irgendwo in Wrathgarian Mountains. Wenn ich das wüsste, wo das nochmal war. The tomb of Masterheart, the tombs of Moorfield, the Yuton walls, the Mawson cemetery, the half-house cemetery. War denn das? Ah ja, es geht ja sogar noch hierhin weiter und hierhin. Das ist so ein riesiges Gebiet hier. Das hier, die Wrathgarian Mountains. Aber das war doch der König der Würmer, Manimako, oder nicht? So, tragen wir den nochmal. Wo hast du? To be honest, I couldn't really care less. Sorry. The underking, even if I knew something, I wouldn't be a talon a not. Ja, okay, dann nicht. Und dann da vorne bestimmt, hier. Die weiß doch bestimmt etwas. Die sieht schlau aus. Asked someone else, can't you see I'm busy? Okay, tut mir leid. This conversation has grown tiresome. Leave me now, Max. Oder die kann bestimmt helfen. Irgendwer muss auch was wissen. Ja, knows, ja, can depend on me, Max. But when it comes to Boaste, I just don't know. Sir, if I knew, I'd tell you for sure. Ich bin echt scheiße in Englisch, muss ich auch sagen. So, there is no reason to talk down to me like that. I wish I could help you, Max, but I know nothing about that. Wieso kann mir keiner da helfen? Muss ich vielleicht im Palast nochmal nachfragen? Irgendwer wird doch was wissen müssen. Oder in der Nähe vom Palast. Und da hinten laufen wieder welche. Hier, wir fragen die schöne blonde Dame. So, ah, mein Freund, how are you this day? Tell me about... Ich glaube, hier erstmal so. Excuse me, Max, I actually have a life to lead. The Underking even a... Okay. Wir müssen darauf achten, wie die mit uns reden. Ich glaube, hello, mein Freund. Hier dann wahrscheinlich eher blunt. Wie kommt der Sache näher? So, hier. How can I help you, Max? Also, hier. Ahoi, nur gier. I'm looking for a tip, Borste. Borste came down with their fever and eventually died. Sorry, friend, I can't help you there. Wie kommt der Sache, glaube ich, wirklich schon näher? Irgendwer wird was wissen. Die... Oh, hello, Max. Okay, bei der können wir auch mal. Inblatt. I neither know nor much care. This can... Okay. Dann halt nicht. Spills of High Rock, such a simple question, me not knowing. I vexed your forgiveness, sir. Jan knows you can depend on me, Max, but when it came to the Underking, I just don't know. Kann ich hier auch Leute bestechen? Hmm. Who would have taught it? He was the only prince never to receive a public funeral. Sorry, I haven't got a clue. Wir fragen dann mal hier, der, den netten Herrn. Äh, hier müssen wir wahrscheinlich wieder blunt. Borste came down with their fever and eventually died. I'm afraid that's all I know. I wish I could help you, Max, but... Äh, no, nothing about that. Irgendwer wird doch was wissen müssen. Hier, der hier, bestimmt. Äh, bei dem wahrscheinlich so. So, I don't particularly care to be your lucky, Max, run along now. Äh, now I don't have a clue. Wie ist mir vielleicht? Komm, wir gehen mal rein und fragen da mal nach. Vielleicht weiß da drinnen irgendwer irgendwas. So, gehen wir mal rein. Äh, the guard by the door intones on a board voice, also saving business with Queen Akorizzi. Passed through the door at the back of the hall. Okay. Das, also die warten alle darauf. Was mit dem? Der kann mir bestimmt sagen. Äh, why should I tell you, go, äh, bother someone else. You are that fool, Max, Deus the second. I am ignorant on the subject of the Underking now begun. Okay. So, die vielleicht. So, äh, wo hast du? Do you really think I'd tell a note even if I didn't know's? Vielleicht muss ich hier politisch reden? I honestly don't know that intemional you are talking about. Bestimmt sie? It warms my heart to see you, Max. Ähm. Hey, good Meister, I was hoping you might know about Boston. I am certainly the wrong person to ask, Max. I am certainly the wrong person to... Okay, dankeschön. Was mit dem? Äh. Vielleicht erstmal so? It's none of your damn business. It's none of your damn business. Irgendwer wird doch was wissen müssen, oder? Kann ich hier einfach rein? Anscheinend ja. Anscheinend halte ich hier einfach rein. Ähm. Lord Kavar. Ähm. Genau. Dann wollen wir den auch nochmal nach dem anderen... You have at least mastered the minimum forms of etiquette, but I just don't know. Wir fragen mal die hübsche Frau hier. Ähm. Vielleicht bei der so? You are that evil, Max. Äh, dearste Second Talon, you would be like Talon Clavicus Ville, äh, himself. Ich glaube, ich habe ihre Klamotten gefunden. Aber es ist dran zu wissen, dass hier auch, äh, nackte Menschen rumlaufen oder rumstehen. Okay, hier ist wahrscheinlich das Verhörzimmer. Und wie sieht es hier aus? Waffenkammer vermute ich. Nur so. Okay, hier gibt es einen nackten Mann. Ah, okay. Die begnügt sich hier mit der Klamotten. äh, mit, äh, einem schönen stattlichen Mann. Und drüben... ...begnügt sich ein Typ da mit einem... ...mit einer... ...schönen, gut gebauten Frau. So? I failed of you. Nothing good, of course. Get lost. Okay. Was habe ich jetzt bisher für einen Loot, dass die mich wegschickt? Ich bin doch hier ein Common Citizen. Äh, ja, das kennen wir schon. Den fragen wir mal nicht. Der hat andauernd irgendwelche Quests. Was ist mit der? die kann uns doch bestimmt hierzu was sagen and what do you want me to do about it your max is like what the hell makes you think i know i would tell you anything about the under king ich will nur wissen wie ich dahin komme hier gibt es auch nichts also dass der weg da zur königin führt hier ist auch niemand dann die tür noch hier sie bestimmt titze die kann mir bestimmt hierzu was sagen my humble thanks for taking that package ich habe ihr doch aber geholfen mit dem red scorpion so versuchen wir jetzt noch mal mit bashi reden wir nicht da sind wir wieder in so inträge verwickelt die er wahrscheinlich gemacht hat und da habe ich wenig lust drauf muss ich ehrlich sagen so wir quatschen vielleicht mal mit der queen können wir nicht quatschen mit ihm können wir auch nicht okay jedes mal wenn wir ihn anklicken und das geräusch so was er mit ihm hat er you need something um vielleicht normal und dann der under king how droll i only have uh two people of importance twos who have titles and lands now go away die vielleicht my name is uh wofi li i have a mission that requires the utmost stealth in secrecy the risk is minimal and i will pay you 864 gold pieces it will only take 38 days of your time i cannot tell you more unless you accept this mission okay wir helfen jetzt mal einer nackten frau alles klar go to the rusty skull in the queen's castle pub lodged there is a courier bearing a letter take it and leave this false one in its place do not disturb any of his belongings if he finds out that the letter has been switched all of my plans will be ruined if you are caught don't bother trying to find me okay wir helfen jetzt einer nackten frau alles klar ja ich weiß nicht wie ich darauf jetzt antworten soll reagieren soll aber okay ich glaube mit loto und das wird noch ein weilchen dauern bis wir da irgendwie vorankommen so vor allem wir wir müssen irgendwie raus und wo wir den under king finden aber okay dann machen wir jetzt erstmal die best für die nackte dame so und schau mal an wo will die dass wir hingehen my secretly with wofili in sentinel who gave me a falsified letter i am to sneak into the rusty skull in the queen's castle pub and replace the true letter i have 38 days to complete this quest if i am caught i am on my own okay the queen's castle pub da müssen wir hin so und dann find the queen's the queen's the queen's genau da da will ich hin da unten wird okay zwei tage was haben wir hier wieder was neues bekommen the black woodchuck in magmiga of sentinel do not ever ever darken my doorway again zu echter dar you are a most spateful man how could i ever have thought that i loved you since you caught me on the balcony in the arms of i can now reveal that we are indeed lovers he is able to give me everything that you cannot you made me feel unclean with your disgusting gifts of gold do not ever darken my doorway again zu echter und das dear max if you are interested in learning the truth about prince bost meet me at the black woodchuck in magmiga of sentinel ach ok das ist für uns und das ist die quest die wir jetzt gerade machen für die nackte frau ok wir hatten da jetzt einfach nur etwas länger warten müssen so wahrscheinlich muss ich hier jetzt rein this tavern looks like any other however for you it a place where staff counts for more than strength now to find out where the courier has left that letter ok da haben was und so letter i love only you sir teacher ok dann müssen wir das hier do not ja as the letter full of lies leaves your fingers you know that your quest is half done wie zur hälfte durch ich bin in secretive violi in sentinel who gave me a falsified letter i am to sneak into the the rusty skull in the queen's castle pub and replace the true letter i have 38 days to complete this quest if i am caught i am on my own ich bin mir jetzt gerade nicht sicher entschuldigung ich musste gerade niesen schnell habe ich noch geschafft mikrofon auszuschalten aber ich musste gerade wird genießen ja du mein nase voll am kitzeln gerade ähm was will der denn jetzt die alt teacher zu stil von iranis messenger egal nehme ich trotzdem mit seinen sachen äh äh hier die tür noch okay hier sonst nichts naja und da waren ja nur die treppen ja da haben wir den brief okay und jetzt wieder zurück nach sentinel so da was sagt die uhr 3 ok ich hoffe wir werden jetzt nicht attackiert von irgendwem dann können wir ja wenigstens die quest jetzt mal abgeben so damals genau hier vorne ist der eingang die sie auch von allen seiten irgendwie gleich aus und rein ich hatte jetzt kurz gesagt er will jetzt was von mir ich glaube hier war das oder achten wir mussten nach oben ja das können wir das ist aber echt ein komplizierter weg bis zur königin hier wenn man mit dem fahrstuhl aber trotz so und die frau der wir geholfen haben war doch hier glaubt oder nicht hier da hinten wahrscheinlich da ist es you were caught and you know it get out of my sight knauf was hat man nicht geschafft der nackten Frau hier zu helfen okay komm wir machen das okay wir helfen jetzt noch einmal der nackten Frau weil wir die andere aufgabe verkackt haben weil wir ich gehe mal davon aus weil wir von jemanden angegriffen wurden diese person hatte und dem wir gelootet haben ja attackiert er hat dann wahrscheinlich gemerkt dass wir ja auf der also den diebstahl für den brief begangen weil wir nicht den hier gemacht hatten so wie hieß der Ort jetzt nochmal genau hier ich hätte jetzt eher einen dungeon erwartet komm hoch okay hier ist niemand so wo ist denn der junge ich glaube nicht dass sie ja da haben wir schon den ersten gegner ja komm ich will irgendwie den hier ich bin einer von euch ja hallo so das nehmen wir auch alles mit hier ist hier ist auch nicht wo müsste jetzt eigentlich der junge sein hier bestimmt auch nicht letzte Tür hier da haben wir den are you here to rescue me? my name is Lurke I don't like these people please take me back to my family ja ich bring dich zurück zur nackten Frau ich weiß nicht ob der junge stolz drauf ist was seine mutter macht aber ich will auch nicht judgen hier so okay da können wir jetzt da wieder hin ja also ich verurteile niemanden hier wenn diese person solche arbeiten verrichtete aber für mich wäre sowas nicht also nix was die mutter hier macht so genau hier haben wir jetzt den eingang die waffe wieder ein und rein ich denke immer der will mich attackieren ja den text kennen wir und so noch mal hier hoch so und da hinten hier da haben wir den look her you are alive and well max I owe you a debt that can never be full repaid this modest reward is the last least that I can give you ja nehmen wir auf jeden fall hat die noch ne quest it's you all I asked was that to you switch a simple letter and you could not even do that leave me presents die wird mir das aber nicht verzeihen glaube ich mit dem mit dem lief und erst mal ein weilchen aber ich finde es interessant dass die hier immer noch da nackt rumsteht na egal dann können wir uns langsam auf den weg machen für die haupt quest nach wie ist der ort ne muss ich hier wahrscheinlich lesen use here the black wood markemiga auf sentinel unsigned so genau the black woodchuck and markemiga ok markemiga müssen wir erfinden ich habe jetzt komplett komisch gelesen gerade für mich im kopf liegt wahrscheinlich daran dass mein energy hier fast leer ist so und wir gehen raus aber erst mal müssen aber erst mal müssen wir die paar sachen die wir jetzt eingesammelt haben verkaufen bevor wir uns da hinten auf den weg machen oder wo auch immer das markemiga sein soll wir müssen noch ein bisschen weiter die richtung die frage ist sind die jetzt eigentlich offen oder muss ich noch ein bisschen leute also warten ich bin immer noch nicht richtig aber hier haben wir schon mal die ersten läden ok also leute nochmal drei machen wir immer ja stimmt die können jetzt wieder was neues haben ich hätte schon gerne adamantium mittlerweile wir hatten ja mal eine adamantium hier dingels und wir haben graves und wir waren also ich war zumindest so doof und habe es verkauft weil ich gedacht hatte mit ziel schön einheitlich alles ja dabei ist adamantium besser als mit ziel okay die haben hier nichts so dann ist hier vorne jetzt die ganzen läden hier den können wir auch noch ein bisschen was verkaufen bestimmt ja hier wagen haben wir jetzt nichts so klamotten ja kommt klamotten können auch mal gucken vielleicht wenn wir noch etwas geileres als das was wir haben was ist wie sieht das hier eigentlich aus lassen wir mal ok gibt es wohl eher wenig was kommen wir ziehen den wieder an aber hat für ihn zu verkaufen eigentlich ok da schauen wir hier nochmal eisenhelm ne danke bisher noch nix die bank brauchen wir noch nicht hier general store die haben ja auch meistens wird nein das lassen wir mal so was können wir noch bücher braucht man nicht hier wappen laden wir haben ja schon den katana das beste mit viel wird wir haben können als waffe hier noch ein letztes mal ja ok dann gehen wir nach wie hieß der ort jetzt noch mal nach marken dann suchen wir mal ok da hinten zwei tage reisen ein laden haben wir hier ein laden haben wir ein rundes gebäude irgendwo da das da soll das runde haus sein ok da sind die taverne der laden müsse da unten sein irgendwo was sagt die uhr es ist nicht nur mal nach wie es das ist nicht mehr die 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 ok jetzt bin ich gespannt was der so im angebot hat ja ok bisher noch nichts und was sagte der hier blackwood wir fragen die hier mal ob das vielleicht sogar eine taverne sein könnte ja es ist eine taverne dann gehen wir zu tavernen rein so und rein du siehst das nein der kleine junge bilpa da ist bilpa der kann es nicht sein sieh hier hulu there young nod how would you like to make 170 gold pieces just by performing what i'm told is called a mercenary second the old switcheroo okay komm go to the laughing huntsman in pibuda lodged there is a career bearing a letter take it and leave this false one in its place do not disturb any of his belongings if he finds out that the letter has been switched all of my plans will be ruined if you are caught don't bother trying to find me toll ah my friend how are you this day hier bestimmt oder ich suche jetzt gerade irgendwen der mir wegen den äh wirst du helfen kann es sieht hat lamta ne aber wieder eine nackte frau warum sind hier so viele nackte frauen eigentlich hier wird auch nicht nee genau die gehen wir nicht rein also raus die wir hier mal nach oben die wir hier mal nach oben hä ok doppelt abgesichert hier ist es auch nicht irgendwie müssen wir hier doch finden oder nicht einige der die der der wer the under king is being wrongly accused of abducting prince boaster before you judge check into castle pharlem oder pharlem oder i'll mark it on your map who am i just call me a loyal servant now move away before anyone gets suspicious go on scram okay wir haben ihn gefunden aber jetzt müssen wir erstmal für die olle da noch mal versuchen brief auszutauschen so und wo wollte sie dass wir das machen das ist nicht das war in makimigar who gave me a falsified letter i am to sneak into the laughing huntsman and p buddha and replace the true letter p buddha laughing huntsman okay ah dahinten okay dann dahin okay einer von den beiden ist der laughing huntsman so wir machen den weil wenn wir hier stehen können wir einmal kurz oder okay wahrscheinlich wieder hier nein okay schleichen ganz vorsichtig hier auch nicht dann gehen wir hier schnell rum in der hoffnung dass uns niemand erwischt diesmal will ich es nicht verkacken hier haben was machen wir hier mal ein save game haben wir lange nicht mehr ein save game gemacht so dann removeen so nee do not even darkened my doorway again lerta ich glaube das ist das und der mark the letter is full of light leave your fingers do you know your quest is half done nein 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 wo geht es hier raus so und jetzt zurück nach marki gab wie hieß das wie schreibt man das markt marki genau so zurück dahin ab in die taverne und dann suchen wir die you know it geht auch nochmals zeiten doch toll aber wieder verkackt wieso haben wir das wieder verkackt wir wurden ja von dem und von dem einen da doch nicht attack also nicht getroffen zwar erwischt aber nicht getroffen wie sind meine dingens nee nee woanders hier wo war hier stealth also oder affiliations ah ok the knights of the dragon commander the dark brotherhood journeyman the team scald apprentice ah ok das ist momentan meine mein ruf überall das ist jetzt interessant wirklich aber ich will jetzt hier ax long blade land hand to hand archery short blade hand to hand damage meiner so hier sind auch nicht aber wo habe ich jetzt etikett neun prozent auch geschehen sie prozent scheinnte wie wisten ah hier stealth stealth ist 97 prozent und wie habe ich es geschafft dass ich dort nicht hier darf es nicht aber wie wie es kill ich alles andere hier das würde ich gerne mal wissen ok egal wir doch hier genau dann gehen wir nach phalem ok da oben auf der insel ok das finde ich jetzt interessant ok dafür dass es nur eine insel ist stehen sie schon groß aber wir gehen in das schloss oder diese festung erst in der nächsten folge rein vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin's euer max deus und ciao ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020